Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1174. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Manche Tabletten werden in großen Packungen gekauft und dann in kleine Dosen abgefüllt. Manche Tabletten werden in großen Packungen gekauft und dann in kleine Dosen abgefüllt. Unsere Beziehung ist geprägt von tiefem gegenseitigem Vertrauen. Unsere Beziehung ist geprägt von tiefem gegenseitigem Vertrauen. Ich habe den Führerschein erst seit wenigen Tagen und bin noch sehr unsicher beim Autofahren. Mit der Hose habe ich noch nie ein Problem gehabt. Mit der Hose habe ich noch nie ein Problem gehabt. Im letzten Jahr hat sie fantastisch gepasst. Mit der Hose habe ich noch nie ein Problem gehabt. Im letzten Jahr hat sie fantastisch gepasst. Ich habe mich für mein Tattoo entschieden, weil es mir sehr gefällt und es eine besondere Bedeutung für mich hat. Hast du deine Arbeit am Computer jetzt beendet oder musst du noch etwas erledigen? Hast du deine Arbeit am Computer jetzt beendet oder musst du noch etwas erledigen? Mein Aussehen soll ganz natürlich bleiben, deshalb verändere ich nichts an meinem Körper. Ein guter Tag beginnt bei mir immer mit einer guten Tasse Kaffee. Ein guter Tag beginnt bei mir immer mit einer guten Tasse Kaffee. Ich verstehe nicht, warum er das Treffen mit mir schon wieder so kurzfristig absagt. Unsere Familie hält zusammen und macht viele Dinge gemeinsam mit den Großeltern. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich zeige meinem Sohn, was man mit einem Smartphone alles machen kann. Ich zeige meinem Sohn, was man mit einem Smartphone alles machen kann. Ich möchte eine erfolgreiche Ballerina werden und muss dafür noch viel üben. Ich möchte eine erfolgreiche Ballerina werden und muss dafür noch viel üben. Ich möchte eine erfolgreiche Ballerina werden und muss dafür noch viel üben. Bisher üben wir noch zu Hause, aber bald stehen wir auf den Bühnen der Welt. Bisher üben wir noch zu Hause, aber bald stehen wir auf den Bühnen der Welt. Bisher üben wir noch zu Hause, aber bald stehen wir auf den Bühnen der Welt. Alle anderen Kinder dürfen mehr als ich. Ich bin traurig. Mir wird alles verboten. Ich bin traurig. Alle anderen Kinder dürfen mehr als ich. Mir wird alles verboten. Ich bin traurig. Ich brauche nicht viel, um mich wohl zu fühlen. Ich brauche nicht viel, um mich wohl zu fühlen. Ein Shirt und meine Jeans reichen aus. Der Kaffee macht mich morgens richtig wach. Danach gehe ich joggen. Unser Team arbeitet in einem Großraumbüro. Ich rufe den Installateur an. Er soll die drei Heizkörper schnell installieren. Ich rufe den Installateur an. Er soll die drei Heizkörper schnell installieren. Ich rufe den Installateur an. Er soll die drei Heizkörper schnell installieren. Ich fotografiere Pflanzen für unseren Onlineshop. Ich schicke die Fotos an meine Kollegin Maria, die sich um den Shop kümmert. Ich fotografiere Pflanzen für unseren Onlineshop. Ich schicke die Fotos an meine Kollegin Maria, die sich um den Shop kümmert. Ein Anlageberater informiert und berät über Finanzprodukte, Anlagemöglichkeiten, Finanzierungsstrategien und alles rund ums Geld. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann schicke die Fotos an. Ich schicke die Fotos an. Ich schicke die Fotos an. Ja. Ich schicke die Fotos an. Ich schicke die Fotos an. Wir nutzen ja, die Fotos an. Dreiplayungswe Mathias. Vielen Dank.